Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Setspotlight. Bei mir sitzt der wundervolle Herr der Karten. Servus. Ich bin Sarah Christopher und wir starten, wir gehen zurück zum besten Pläne in der Geschichte von Magic, Innistrad. Naja, das Beste. Und die neue Edition heißt Innistrad Midnight Hunt oder auf Deutsch Innistrad Mitternachtsjagd. Und wie immer, bevor wir mit den Karten beginnen, wird uns der Herr der Karten über Zahlen und Fakten erleuchten. Genau, und es gibt relativ viele Zahlen und Fakten. Einerseits zum Set selber, andererseits zu den Abilities. Das Set selber hat die Abkürzung MID, hat 277 Karten in der Base-Variante, da sind auch 10 Basic-Länder mit den ganzen Erweiterungen, Full-Up und so weiter, sind es dann 391 Karten, wobei dann nochmal 5 Basic-Länder dabei sind. Nämlich das sind die Basic-Länder, die man in den Commander-Decks sowie in den Bundle findet. Es gibt Draftbooster. Ich belette jetzt immer diese von Visat selber, diese Liste, in was drin ist. In den Draftbooster kann man dadurch, dass immer eine Double-Faced-Karte dabei ist, im Draftbooster bis zu zwei Rares haben, also zwei Rares oder Mythics, also eine bis zwei. Dann gibt es natürlich wieder Set-Booster. In den Set-Booster kann man bis zu vier Rares oder Mythics haben, wenn man nämlich, eigentlich bis zu fünf, wenn man nämlich in der Liste-Karte auch noch eine hat, da hat man sogar fünf, ansonsten hat man da sicher zwei Double-Faced Karten, die Rare oder Mythic sein können. Und halt eine Foil und halt eben die normale Mythic. Und da gibt es natürlich wiederum die Collector-Booster. Und da können es auch, und da sind es halt fix fünf Rares und Mythics, wobei da halt auch wieder die Fix-Showcase-Karten und so weiter dabei sind. Was mich zum Thema Showcase bringt, Showcase gibt es zwei Varianten. Es gibt einerseits das sogenannte Equinox-Design. Das habe ich jetzt eingeblendet anhand der Kerzen-Hexe. Das betrifft nämlich lauter Werwölfe und Warlocks, also Werwölfe und Hexenmeister. Deswegen haben die dieses Design mit diesen Bäumen sozusagen drumherum. Und das zweite Design ist das Eternal Knight-Design. Das ist ein Schwarz-Weiß-Design. Das betrifft alle legendären Kreaturen und die zehn Basic-Ränder aus dem Set. Ja, ich zeige dir jetzt die Giza, weil ich das eigentlich eines der coolsten Artworks davon finde, werden wir die Karte natürlich selber separat mal besprechen im späteren Zeitpunkt. Dann sind wir, ah ja, was es auch noch gibt, es gibt zwei Commander-Decks. In den Commander-Decks sind 30 neue Karten, aber es gibt acht weitere Commander-Karten, die sich nur in den Set-Boostern scheinbar und vielleicht in den Collector-Boostern, aber primär in den Set-Boostern befinden. Das heißt, es gibt 38 neue Commander-Karten, davon aber nur 30 in den Commander-Decks und 8 in den Set-Boostern. Okay, jetzt wird es unübersichtlich, nicht? Ja, ja, dadurch forst man die Commander-Spieler auch die Set-Boostern zu kaufen. Ja, ja, sehr gut. Von den Commander-Karten gibt es natürlich wieder Full-Arts, also nein, nicht Full-Arts, Borderless, nein, Extended-Art heißt so Extended-Art. In Summe gibt es, weil ich das noch nicht gesagt habe, Borderless-Karten, natürlich wieder die Planeswalker, davon gibt es drei Stück. Es gibt diese ganzen neuen Slow-Lands, das sind fünf Stück, das gibt acht Borderless-Karten. Es gibt Extended-Art-Karten, 54, das sind 40 Rares und 14 Mythics, das ist jetzt alles vom regulären Set, weil von den Commander-Text ist noch nicht alles gespoilt, also diese acht, die es nur im Set-Boostern gibt, gibt es auf jeden Fall als Borderless, nein, das ist Extended-Art, ich vermische das immer. Und die anderen wahrscheinlich auch. So, jetzt habe ich das durch. Dann kommen wir zu den Fähigkeiten, also die Hauptthema natürlich von Innistrad ist immer dieses Tag-Nacht, jetzt gibt es dazu auch Tokens. Entschuldige, sind die alten Karten alle erated werden? Nein, 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 nein. Ein Huntmaster ist nicht derated worden? Nein, es gibt jetzt zwei Systematiken, es gibt das Huntmaster-Systematik und es gibt die Day-Night-Systematik. Was zum Beispiel auch heißt, ich meine... Ja, das Day-Night ist ja ein bisschen anders. Genau, das Day-Night ist ein bisschen anders, also es gibt eben diese zwei Token, Tag und Nacht, die blende ich jetzt beide ein, da steht ja auch schon drauf, wie das funktioniert. Grundsätzlich ist es so, wenn das Spiel beginnt, ist es weder Tag noch Nacht. So, das ist mal der simple Part. Dann gibt es Karten, die sagen, es wird Tag oder es wird Nacht. Ja, die sagen, es wird Tag. Zum Beispiel der Weise des vier Moments. Wenn dir ins Spiel kommt und es weder Tag noch Nacht ist, was am Anfang des Spiels ist, dann wird es Tag und immer wenn es Tag oder Nacht wird, es wenn ein Wechsel kommt, dann sieht man bei dem eine Karte. Das finde ich cool, ist zwar mit vier Mana teuer, aber wenn du halt öfters ein Day-Night-Cycle hast, dann siehst du eine Menge Karten. Wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, die tagaktiv ist, zum Beispiel der Erntefestinfiltrator, dann wird es auch Tag. Ja, jetzt hat man den im Spiel, da ist dann eine 3-2 und, und damit es eben Nacht wird, muss ein Spieler, dem sein Zug ist, keinen Spruch kasten, so wie es früher auch war, dann wird es Nacht. Aber das war halt, dass niemand einen Zauberspruch kasten muss. Nein. Was, niemand? Wirklich? Ja. Okay. Und das ist nämlich der Unterschied jetzt. Das heißt, ich kann end of turn beim Gegner immer noch was machen und flipp trotzdem meine Viecher. Genau. Korrekt. Das ist der Vorteil. Es hat sich noch was geändert. Früher war Tag und Nacht ja nicht zwingend global. Jetzt ist es ein globaler Effekt. Denn, also wenn ich jetzt kein nichts gesprochen habe, dann wird es Nacht. Dann wird der Erntefestinfiltrator zum Erntefestangreifer, weil es in Nacht geworden ist, ist dann eine 4-4-Trampel, ganz leiband. So, jetzt ist es Nacht im Spiel. Wenn jetzt mein Gegner eine Tag-Nacht-aktive Kreatur spielt, dann kommt sie automatisch als Nacht aktiv ins Spiel. Oh! Das heißt, Tag-Nacht ist immer global. Das heißt, wenn es Tag ist, dann ist es für alle Tag, wenn es Nacht ist, für alle Nacht. Wenn ich eben den Erntefestinfiltrator spiele für so eine 3-Mana und es ist durch Zufall gerade Nacht, kommt er als 4-4 ins Spiel. Am Stack ist er noch eine 3-Mana, 3-2. Im Spiel ist er automatisch eine 4-4. Das ist Sieg, das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen behandle ich das genau, weil das relativ komplex ist eigentlich, dass das jetzt so gehandhabt wird. Es ist auch irgendwie logischer einerseits, aber ja. Natürlich, was eh wie immer ist, am Stack, in der Hand, im Sideboard, im Graveyard, wie auch immer, zieht immer nur die Vorderseite der Karten. Und auch wenn es um Können-Werted-Mana-Kost geht, also um Mana-Valley, wie sie heutzutage heißt, auch im Spiel zieht immer die Vorderseite der Karten. Das heißt, wenn der geflippt ist und er steht um, hat keine Mana-Kosten, ist er noch immer eine 3-Mana-Kreatur, der Erntefestinfiltrator oder halt in dem Fall dann der Erntefestangreifer. Ah, das ist cool, dass die halt wirklich dann schon als die Wehrwölfe kommen. Finde ich eigentlich sehr cool. Genau. Nacht wird es natürlich, Tag wird es wieder, wenn man während des Nachts zwei Sprüche spricht im eigenen Zug, dann wird es wieder Tag. So, und was ist, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, die sagt, achso, die sagt nur, wenn es weder Tag oder Nacht wird, ist Tag. Genau. Also diese ganzen Kreaturen, die ins Spiel kommen, wenn es weder noch ist, es geht halt nur, solange nichts passiert ist sozusagen. Das ist auch das Nachteil an dem, den ich am Anfang mache, das sind vier Mana-Typen, weil Turn 4, wann der normalerweise kommt, wird es wahrscheinlich in dem Set schon Tag oder Nacht sein. Das heißt, du ziehst nicht sofort deine Karte, sondern du musst auf den nächsten Cycle warten, dass du eine Karte mit dir ziehst. Ja, musst sowieso, auch wenn es kommt. Nein, wenn es kommt, nicht, weil wenn es kommt, macht er Tag und immer wenn es Tag wird, ziehst du deine Karte. Es sind vier Mana, zwei, drei Ziele Karte, solange es weder Tag noch Nacht ist. Gut, damit kommen wir zur nächsten neuen Fähigkeit und das ist Aufstören oder auf Englisch Disturb. Es ist immer Disturb und Kosten, also Aufstören und Kosten. Relativ simpel, diese Ability, man kann eine Karte aus dem Fehlhof wirken. Ich habe jetzt da das Lunach, ein Lunachen-Veteranen genommen, weil ich den auch relativ gut finde und werde ihn sonst nicht behandeln. Der ist ein 1-Mana-1-1 und immer wenn er in eine Kreatur ins Spiel kommt, er ist eine Soul-Sister. Genau. Soul-Brother. Soul-Brother. Und man kann ihn eben, wenn er gestorben ist, für seine Disturb-Kosten aus dem Friedhof-Kasten, dann kommt er als 1-1-Fliegel ins Spiel. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, das Spiel verlässt, erhältst seinen Lebenspunkt. Ja. Und wenn er stirbt, dann geht er nicht mehr in Friedhof, sondern ins Exil. Das haben alle diese Disturb-Karten, dass wenn sie sterben... Damit er sie nicht immer wieder benutzen kann. Genau. Damit das halt nicht infinit gehen kann sozusagen. Ja. Im Endeffekt ist das relativ simpel. Du kannst ihn aber flickern und er kommt wieder als der andere Kollege retour. Nicht? Na, weil er geht da weg und dann kommt er wieder. Ja, das müsste funktionieren. Ja. Wenn du ihn faced, kommt er so zurück. Genau. Aber wenn du ihn fliegerst, kommt er als retour. Kommt er auf der anderen Seite die heutige Struktur, ja. Wobei steht das Spiel verlässt, wenn er das Spiel verlässt, weil er auf den Friedhof gelegt ist. Genau. Also du flickerst ihn und kommt wieder als Soul-Brother retour. Genau. So, dann gibt's, kommen wir zur letzten neuen Fähigkeit und zwar ist es die Coven oder auf Deutsch der Hexenzirkel. Das ist im Endeffekt eine Ability, die sich darum kümmert, ob du drei Kreaturen mit unterschiedlichem Power hast und wenn du das hast, dann passiert irgendwas anderes. Also bei dem Spontanzauber, bei dem Ritual der Hoffnung, wenn du das castest, kriegen alle deine Kreaturen plus eins plus eins, außer du hast den Hexenzirkel, dann kriegen sie plus zwei plus eins. Da wann wird das gecheckt? Bei einem Instant wird das gecheckt, wenn der Instant den Resolved. Das heißt, du castest ihn, dann kann irgendwas noch passieren, dann ist es wurscht, wenn es dann Resolved nur aus dem drei unterschiedliche Power, dann passiert das. So, ich erwähne das deswegen so explizit, weil es auch sehr viele Kreaturen gibt, wie den Kerzenschein-Kavallerie, die eine Triggered Ability hat. Triggered Ability ist, kurze Ausführung in die Regelkunde, triggern einmal, dann checkt er das, aha, okay, er triggert jetzt, okay, wir haben drei Kreaturen mit unterschiedlicher Power und checkt es nochmal beim Resolven. Das heißt, wenn ich das erfülle und dann stirbt eine von meinen drei Kreaturen aus irgendwelchen Gründen oder die Power ändert sich und er hat nicht mehr drei unterschiedliche, dann Resolved und es passiert gar nichts, weil dann passt das, dann wird dieser Hexenzirkel nicht mehr getriggert, also funktioniert nicht mehr so. Es gibt noch eine dritte Variante von Hexenzirkel, aber ich habe nur eine Karte bis jetzt gesehen, das ist Activate Ability, das sagt, wenn du Hexenzirkel hast, dann kannst du Mana zahlen, dann passiert was. Ja, wenn du den hast, dann passiert das halt und wenn das nicht, dann kannst du nicht sagen. Der kann auch nicht darauf reagieren. Der kann schon reagieren, aber es ist wurscht, weil es Teil der Kosten ist sozusagen. Das war der Hexenzirkel, was es auch noch gibt, ist jetzt keine Ability, aber neu in der Form sind Zombie-Kreaturen-Spielsteine mit Verwesung oder auf Deutsch, auf Englisch Decay. Im Endeffekt sind das zwei Zwerge-Kreaturen, die nicht blocken können, wenn sie angreifen, man opfern muss. Es gibt auch Karten, die andere Kreaturen Decay geben, aber grundsätzlich sind es die zwei Zweier-Token. Und was es auch wieder gibt, sind Flashback gibt es wieder, aber das ist eine alte Fähigkeit, darum nur so kurz erwähnt. Und jetzt habe ich eh urviel geredet, aber ich bin dafür mit Zahlen und Fakten durch. Und wir können endlich mit Weiß anfangen. Mit dem bis dato besten Set 2021. Puh! Na, Modern Horizons zählt nicht. Okay, Modern Horizons zählt nicht. Wir starten gleich mit einer legendären Kreatur, das ist Adeline, strahlende Katarerin. Die kostet zwei Weiß, ist ein farbloses, eine legendäre Kreatur Mensch-Ritter, weil die hat einen Namen, hat Sterndl 4, also Sterndl-Angriff, 4-Verteidigung, hat Wachsamkeit. Die Stärke von Adeline ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Das heißt, sie kommt normalerweise 1-4er-Vigilance. Immer wenn du angreifst, erzeuge für jeden Gegner einen getappten und angreifenden 1-1-Weißen Mensch-Kreaturen-Spielstein, der jenen Spieler oder einen Planeswalker, den er kontrolliert, angreift. Ist für mich halt definitiv eine Commanderkarte. Finde ich nicht. Ich finde, sie ist so gewordert, dass sie auch für Commander funktioniert. Ja, aber ich finde, eine 3-Mana... 1-4er ist halt okay. Ich meine, wenn es White Weenie gibt, dann ist es interessant. Eben. Schau mal, es gibt White Weenie, dann ist das Turn 3 eine 3-4er, die angreift und dann zu einer 4-4er wird, wenn du nicht vorher noch etwas gespielt hast und noch ein Buddy produziert. Sie greift fünf Kreaturen, turn vier an, das finde ich nicht so schlecht. Sie ist okay. Aber für mich steht halt durch dieses Wording steht halt für mich dezidiert, das ist mein neuer White Weenie Commander drauf, nicht? Ja, ich finde das... Ja, natürlich, aber ich finde das nicht ausschließlich. Ich finde, es ist gut, dass sie das so gemacht haben, weil die Commander-Spieler freuen sich daran, sozusagen. Aber das ist ja wurscht. In 1-on-1 greift es halt einen an und ich mache einen Token und das ist noch immer gut genug. Also ich finde, die ist durchaus solide für Constructed, regulär, sozusagen für Standard jetzt. Ich finde es okay. Also ich finde es okay, ich finde es jetzt nicht über drüber, aber es ist okay. Ja, es ist kein Hero of Blade Hold oder wie heißt die Käse? Genau. Aber es ist nicht so schlecht. Vor allem mit 4er Hintern stirbt es doch nicht leicht. Das stimmt. Machsamkeit ist okay. Ja, es ist, es ist overall eine gut designte faire Karte, die weder schlecht noch richtig gut ist. Ja, ich finde es schon gut. Richtig gut. Dann kommt die einsame Hinterbliebene. Die kostet ein weißes 2, farblose 2-1. Mensch, Gesinde, wie der Patrick. Wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, transformiere die einsame Hinterbliebene und die wird zur furchtlosen Rächerin, ist dann 3-2. Und jetzt kommt es nämlich, weil das finde ich eine sehr interessante Karte. Immer wenn die furchtlose Rächerin angreift, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof getappt und angreife das Spiel zurück. Das finde ich eine sehr gute Ability für weiß, wo du einfach deine Sachen re-usen kannst, weil du beispielsweise in älteren Formaten einen Night of the White Orchid rausholen kannst. Wenn du weniger Standardländer hast, rampst du dich dadurch. Oder jetzt durch den Hund. Ist der Hund legal? Der Hund ist legal, ja. Du kannst den Hund rauszahnen, den 3-1er-Hund, hast noch einen 3-1er-Tag. Also das finde ich eine sehr gute White Winnie-Karte. Ja, was ich an der Karte auch sehr gut finde, dass du das Flippen relativ leicht machst, wenn du schwarz bist durch die Decay-Kreaturen, weil die sterben, wenn sie angreifen. Und wenn du selber irgendwas hast, was gestirbt oder sich abfordert, dann kannst du das halt relativ schnell oder schrägst du dich sofort wiederholen. Das ist halt auch sehr nice. Also das ist eine richtig, richtig gute Idee. Du musst nur schauen, dass sie halt beim Angriff nicht stirbt, dann ist sie wirklich, wirklich solide, ja. Absolut. Also ich finde, die Sache ist halt für drei Mann eine 2-1er ist so mittel, ja. Ja. Aber halt, da ist die Rückseite einfach saustark. Ja. Das stimmt. Dann gibt's geschenkte Zeit. Wir werden uns das kurz auch schenken. Das ist ein… Oblivion Ring. Ein Oblivion Ring. Nein, das ist ein Banishing Light. Das ist ein Banishing Light, richtig. Weil das ist einfach ein zusätzlicher Effekt. Warum man es nicht Banishing Light nennt, verstehe ich nicht, weil das hält halt auch Basel in dem Set, nicht? Ja, das stimmt. Okay, aber das ist ein Banishing Light. Das wird immer gespielt und wenn es nur aus dem Sidebar ist, für White Winnie Decks optimal, weil du alles handeln kannst. Ja. Das wird geschenkte Zeit. Dann kommt der erste Wehrwolf und das ist der erste weiße Wehrwolf. Das ist der brutale Katara. Mensch, Soldat, Wehrwolf. Ein weißes 2-2-2-2-2. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt oder in den brutalen Katara transformiert, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert ins Exil, bis diese Kreatur das Spiel verlässt. Und ist natürlich tagaktiv, das heißt, wenn nichts gespielt wird, wird er zum Mondwüter-Rolling. Der Wehrwolf ist 3-3, hat Erstschlag und hat Abwehr drei Lebenspunkte bezahlen. Und der Deal an dem ist, wenn ich es schaffe, den hin und her zu flippen, kann ich extrem viel Exilen. Okay. Was halt sehr geil ist, ja. Und es hat der Kubinski Karl gezeichnet und ich finde, das ist eines der besten Artworks im ganzen Set, dieser Wehrwolf. Der Wehrwolf oder der Dude? Der Wehrwolf. Okay. Bei den Dudes finde ich ihn okay. Der Dude ist cool. Der Dude ist cool, ja. Aber der Wehrwolf ist halt ultra gut. Also, ich finde diese, dass er, ja, ich verstehe das mit dem, dass du Sachen exilen kannst, das ist ein netter Bonus, aber ich finde ein 3-3 Firststrike eigentlich schon ganz solide. Und davor ist der 2-2, der halt eine Upside hat, weil er was macht, auch okay. Wenn er ins Spiel kommt, ja. Ja. Also das ist eine sehr gute Karte, finde ich. Ja. Das ist so, das ist halt so dieser Oblivion Ring für White Weenie. Vielleicht gibt's wirklich White Weenie. Ich weiß, du magst das auch immer wieder mal, nicht? Ja, ja. Das Problem ist natürlich, es legt dann alles an ihm sozusagen. Ja, natürlich. Aber die Sache ist, wenn er einmal geflippt ist, ist es schon wieder cool. Weil er halt das Wort hat, nicht? Ja, ja. Mit den 3 Lebenspunkten. Und 3 Lebenspunkte gegen White Weenie zahlen, ist halt auch so mittelgeil. Das stimmt, ja. Sehr coole Karte. Bin begeistert. Ist sehr früh gespoilert worden. Ich hab gleich von Anfang gesagt, das ist eine Karte, die er zusagt. Die werde ich auf jeden Fall spielen. Das ist eine wehre Karte. Fluch des Schweigens ist. Das Aura, Fluch kostet ein Weißes, ein Enchantment, verzaubert einen Spieler. So wie der Fluch des Schweigens ins Spiel kommt, bestimmen einen Kartennamen. Okay. Zaubersprüche mit den bestimmten Namen, die der verzauberte Spieler wirkt, kosten und wirken 2 mehr. Immer wenn der verzauberte Spieler einen Zauberspruch mit dem bestimmten Namen wirkt, kannst du den Fluch des Schweigens opfern, falls du dies tust, ziehe er eine Karte. Ja. Okay. Du taggst eine wichtige Karte vom Gegner. Genau. Und? Und wenn irgendwann genug Mana hat, dass das Tagschen egal ist, dann ziehst du ja nicht eine Karte dafür. Ja, finde ich eigentlich okay. Ich weiß nicht. Aber vor allem, du musst es in der Blind sagen, nicht wahr? Du sagst, du weißt halt nach und seit Worten, keine Ahnung, der spielt urviel Mass Removal und dann sag ich es halt auf das Mass Removal, in der Hoffnung, dass mir die 2 Turns reichen, um ihn zu töten. Ich sag's auf dem Commander von Peter. Das geht auch, ja. Ich hab ja die Commander-Applikation hier. Ich witz auf dem Commander vom Gegner sein. Ich wusste gar nicht, dass du ein Commander-Spieler bist. Nein, bin ich auch nicht. Aber die Applikation im Kopf, weil ich weiß, wogegen ich spiele, nicht? Das stimmt natürlich, ja. Das ist auch ganz witzig. Overall finde ich die Karte lustig, aber nicht gut. Ja, ich weiß nicht. Sie kostet halt nur einen Mana und sie setzt sich selber. Also, ja. Wo wir zu etwas kommen, das nicht gut ist, nicht? Ah, ja. Ausdauernder Engel. Drei weiße, zwei farblose. Also, 3-3-Enkel. Fliege in Doppelschark. Du hast Fluch-Sicherheit. Ja, bitte. So weit, so gut. Wollte Gott sagen. Das prägst du auf. Falls dein Lebenspunkt-Stand auf 0 oder weniger reduziert würde, transformiere stattdessen den ausdauernden Engel und dein Lebenspunkt-Stand wird zu 3. Falls dann der ausdauernde Engel nicht auf diese Weise transformiert wurde, verlierst du die Partie. Und du weißt schon, wenn der Flash hätte, wäre das eine gute Karte. Aber so ist das leider abletzen. Transformiert Engelhafte Vollstreckerin. Fliegen. Du hast Fluch-Sicherheit. Sternl-Sternl. Stärke und Widerstandskraft der Engelhaften Vollstreckerin sind gleich deinem Lebenspunkt-Stand. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, ist es ein 3-3er. Geflippt. Immer wenn die Engelhafte Vollstreckerin angreift, verdopple deinen Lebenspunkt-Stand. Auf 6. Und diese Karte wäre gut, hätte sie Flash. Ja. Aber dadurch, dass sie kein Flash hat, musst du sie blind legen, dann wirst du das Removal fressen und dann wirst du trotzdem sterben. Ja. Wenn das ein Flash wäre, wie Angel of Grace beispielsweise, der deine Lebenspunkte beschützt, dann wäre es sehr cool. Ja. Ich meine, der 3er-Hintern ist halt auch so wirklich das allerletzte. Deswegen ist es ein 4er-Hintern halt. Ja, die Sache ist, sie kann halt... Was soll ich... Es ist... Es müsste da einfach diese Karte... Das Double-Strike müsste halt weg sein. Es müsste dann von Flying... Du hast Hexproof haben und mit Flash, dann kommt die rein. Es ist dieselbe Karte, transformiert. Du wirst zu 3. Wenn der Transform nicht stattfindet, dann bist du eh hin. Aber wenn es transformiert hat, dann 3-3. Ich frage mich ganz nicht, wie die Karte transformieren kann, ohne dass... Gar nicht. Die Ability passiert. Gar nicht. Die kann nicht transformieren. Weil du extra aufschlubst, verlierst du die Partie. Genau. Weil die ist ja keine Tag-Nacht aktive Karte. Das heißt, die flippt nicht dadurch. Nein, nein, die flippt auch nicht. Es geht nur darum, wenn der Trigger am Stack geht und sie stirbt, dann verlierst du trotzdem. Ah. Also es muss... Das ist ja noch einmal schlecht. Okay, ja, ja. Sie muss ja transformieren, damit du auf 3 Lebenspunkte gehst. Weil sonst gehst du auf 3 Lebenspunkte und sie rule dich auch. Dann sage ich, wenn ich transformiere, du stirbst. Also es muss da schon vorm Klug gehen, womit die Karte halt irrelevant ist. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Schade drum. Ja. Aber kein Problem, wir haben eine super gute Karte. Schicksalshafte Abwesenheit, ein weißes, ein farbloses. Das ist für mich gedesignt worden. Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ihr beziehungsweise sein Beherrscher stellt Nachforschungen an. Die Deckel den Clou. Na gut. Diese Karte hat Weiß einfach gebraucht. Diese Karte hat Weiß verdient. Das ist ein super gutes Removal. Du kannst endlich die schwammigen Planeswalker handeln. Und du gibst ihm den Heiselstein. Aber es dauert, weil er halt 2 Mana braucht. Und halt in weiterer Folge eine Karte zieht. Aber wenn ich beispielsweise im Modern einen Rennen 6-Turn 2 abrüsten kann. Ja. Ist mir egal, ziehst du halt irgendwann deine Karte. Wenn ich Chase the Mindsculpt da abrüsten kann. Wenn ich gegen Junt Liliana abrüsten kann. Wenn ich Ugin für 2 Mana abrüsten kann. Ja. Oder Kahn gegen Thron. Geile Karte. Ja. Eine der besten Karten im Set. In der Spitze der Removal vor allem. Weil es halt... Ja, es hat eine Downside natürlich mit dem Clou-Token. Aber in Summe ist es vollkommen in Ordnung. Aber das ist eine bessere Downside als dem Gegner ein Land geben. Ja. Ja gut, dafür kostet 2 Mana. Ja, ja. Aber es ist... Und es ist vor allem Instant. Genau. Darum geht es. Wenn das eine Source will, wäre es okay. Aber Instant ist halt richtig gut. Richtig gut, ja. Bin auch ganz happy. Sehr schön. Dann gibt es die Gavendämmerwacht. Die kostet zweiweise ein farbloses 3-3. Hat Abwehr 1. Falls es weder Tag noch Nacht ist, wird es Tag, so wie die Gavendämmerwacht ins Spiel kommt. Auch ein sehr schönes Autor übrigens. Immer wenn der Tag zur Nacht oder die Nacht zum Tage wird, dann müssen Tage stehen. Schau dir die obersten vier Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte mit Mana-Betrag drei oder weniger offen vorzeigen und sie auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Die wolltest du haben. Die wollte ich haben, ja. Einfach aus diesem Grund. Das ist halt eine richtig gute White Winnie-Karte, weil das ist für drei Mana ein 3-3er, den du mal schwer abrüsten kannst, was schon gut ist. Und der Deal ist, White Winnie hat einfach das Problem, dass du deine Hand leer spielst und dann passiert nichts. Ja. Aber hier hast du die Möglichkeit, wenn du mal nichts machst, du suchst da was raus, siehst was nach, hast dann die Möglichkeit, dass du theoretisch zwei Spells spielst, auf einmal wird es wieder Nacht, du suchst da aber wieder was raus. Ja. Das heißt, du hast durchgehend Futter, dass du was machen kannst. Ja. Genau deshalb ist diese Karte meines Erachtens eine sehr gute Karte. Und vor allem, aber an einem gewissen Punkt willst du ja gar nichts mehr aufs Board committen. Nein, nein. Weil du eh vorne bist und nicht den Ultra-Blower riskieren möchtest. Genau. Aber der Gegner muss vielleicht zwei Sachen machen, nicht? Und dafür ziehst du halt dann mehr Karten in die Hand, dass wenn das Mastermuffel kommen sollte, dann einfach wieder und jetzt bin ich wieder da. Geil, oder? Ja, das ist gut. Richtig gute Karte. Ja, das ist gut. Die gibt es als FNM-Promo oder sowas einmal. Wirklich? Ja. Okay. Dann gibt es den furchtlosen Widersacher und das ist ein Widersacher-Seig und ich sage es jetzt schon, die Widersacher sind unendlich gute Karten. Alle fünf. Sind alle gut. Ich habe aber einen persönlichen Favoriten, aber ja, sie sind alle sehr gut. Furchtloser Widersacher ist ein Mensch-Späher 3-1, ein Weißes und Farbloses, Lebensverknüpfung, der ist schon aggressiv gekostet. Ja. Wenn der furchtlose Widersacher ins Spiel kommt, und das ist wichtig, er muss nicht gecastet werden, kannst du beliebig oft ein Weißes und Farbloses bezahlen, wenn du diese Kosten ein oder mehrmals bezahlst, lege entsprechend viele Tapferkeitsmarken auf den furchtlosen Widersacher. Mhm. Ja? Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Plus-1, Plus-1 für jede Tapferkeitsmarke auf dem furchtlosen Widersacher. Warum ist das eine gute Karte? Weil ein Glorious Anthem-Effekt ist auf einer Kreatur, die selber angreifen kann. Und aggressiv gekostet ist. Aggressiv ist, die aus dem Friedhof kommen kann. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit deinem Namen vergessen haben, der, wenn er angreift, eine Kreatur zurückholt, holt der den zurück, du investierst vier Mana, hast auf einmal einen 5-3er-Lifelinker, der angreift, plus sie selber, die dann auf einmal 5-4 ist. Und sie holt ihn halt nächsten Turn wieder raus. Ja, wenn er stirbt, holt sie ihn wieder und wenn sie beide überleben, hast du mal 10 Damage gemacht. Naja, er stirbt am Ende des Zuges. Nein, er bleibt ja auch. Er stirbt nicht. Er bleibt ja auch. Warum soll er sterben? Ja, ja, ja. Und das gute an ihm ist, er ist Turn-2 auch gut. Weil ein 3-1er-Turn-2 mit Lifelink ist auch in Ordnung. Ja, stimmt. Aber du wirst ihn wahrscheinlich Turn-4 spielen wollen. Nein, aber wenn du On-Curve spielen willst... Ja, wenn du musst, musst, ja natürlich. Super gute Karte. Und dadurch, dass er nicht legendär ist oder so, kannst du dir den 1. Turn-2 legen, den 2. Turn-4 auch gut ist. Richtig. So ist es. Dann gibt es wieder eines der schönsten Artworks. Das ist wirklich ein tolles Artwork. Die Karte ist so, hm, aber das Artwork ist schön. Sigar das Pracht. Was gefällt dir nicht? Ein typisches Holy-Angle-Blade. Zwei weiß, zwei farblos. Aber genau so soll es sein. Verzauberung. So wie Sigar das Pracht ins Spiel kommt, notiere deinen Lebenspunktbestand. Okay. Hier ist der Fehler. Du solltest immer deinen fucking Lebenspunktbestand notieren. Ich hasse Leute, die sagen, ich habe dein Leben verloren. Ich habe dein Leben bekommen. Sag ich, dann schreib es auf, du Trottel. Wirklich. Kannst du mir das schreiben? Sag ich, schreib es selber. Ich habe es sowieso geschrieben. Schreib immer deinen Lebenspunktbestand auf. Oder gleich dem letzten Lebenspunktbestand ist, den du für Sigar das Pracht notiert hast. Notiere dann deinen Lebenspunktbestand, das du immer machen solltest. Okay. Immer wenn du einen oder einen weißen Zauberspruch wirkst, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Ja. Möchtest du zuerst oder möchte ich? Du kannst ruhig. Okay. Ich war am Anfang super gehypt von der Karte. Boah ey. White Card Draw. Aber die Karte ist halt einfach, die Karte ist vielleicht in einem Oluoro-Commando-Deck. Geil. 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 Oluoro-Commando habe ich die sofort gespielt. Aber ich glaube nicht, dass ich in einem Soul-Sister-Deck diese Karte für 4 Mana spielen will, weil es einfach so viele andere Sachen gibt. Und es gibt in Standard glaube ich auch nichts. Weil du investierst 4 Mana und es passiert einmal nichts. Ja. Doch, du notierst deinen Lebenspunktbestand. Aber ansonsten... Was du eh schon getan haben solltest. Das solltest du schon getan haben. Ja, nein. Also du hast recht. Das Problem ist denn, dass es 4 Mana kostet. Es macht 4 Mana und dann macht es mal gar nichts. Und das Problem ist, dass es im Versorgungssegment triggert, macht es aber wirklich einen kompletten Zyklus nichts. Ein Zyklus darf sich den Gegnern nicht hauen. Du musst halt schon was an Bord haben, dass das gut ist, dass du mehr Leben bekommst. Du musst halt, weiß ich nicht, eine Janice Pride-Made haben und du hast irgendwie eine Soul-Sister oder irgendwas, ja? Ja, du musst einfach ein... Du brauchst doch gar nicht. Du brauchst einfach ein stabiles Board. Du brauchst gar nichts, was live gehen hat. Du brauchst ein stabiles Board, damit du nicht Leben verlierst, bis du das nächste Mal dran bist, damit du eine Karte ziehst. Aber du musst was spielen, damit der Lebenspunktestand höher ist. Ja, aber es reicht ja gleich auch. Das ist wurscht. Du darfst ja nichts verlieren. Du musst dich nur einbunkern. Ja, das ist... Was wiederum sein kann, das kann nicht für das Controldeck okay sein, aber die 4 Mana beim Controldeck austappen ist halt auch zart. Ja, und wie kriegst du Leben dazu? Das ist ja vollkommen wurscht. Du brauchst kein Leben. Du willst ja nur Karten ziehen. Scheiß auf den einen Lebenspunkt. Ah, das ist... Ich zieh lieber eine Karte. Da ist viel mehr wert. Ja, ja, weiß ich schon. Aber du willst halt trotzdem Leben weiterbekommen, weil du wirst halt auch Damage bekommen, nicht? Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, dass die Karte nichts ist. Wenn sie was ist, freue ich mich und lass mich überraschen, aber ich glaube, dass das nichts ist. Sie ist wahrscheinlich einfach zu teuer. Dann gibt's Sigardische Reiterin. Die Karte... Retterin. Entschuldige, Retterin. 2 weiße, 3 farblose, 3-3 fliegend, wenn die Sigardische Retterin ins Spiel kommt. Und falls du sie gewirkt hast, bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl mit Mana Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ja. Wie hat das der Mr. Lidl so schön gesagt, sie hat das Schlechte aus beiden Welten. Sowohl ist es ein Come-to-Play-Trigger als auch ein, es muss gecastet werden. Das heißt, du musst es casten und sie muss resolven, damit du die 2 rausziehen kannst. Wenn das passiert, ist das eine saugute Karte. Aber was halt ein Riesenproblem ist, dass du es nicht wiederverwenden kannst. Ja. Flickereffekte bringen nichts. Und wenn es gecountert wird, passiert auch nichts. Genau. Und wenn du es aus dem Friedhof ausgrabst, passiert halt auch gar nichts. Was halt schon richtig said ist. Es könnte ein Cast-Trigger sein können... Oder ein Come-to-Play-Trigger. Oder ein Come-to-Play-Trigger. Eins von den beiden... Es wäre am besten gewesen, es wäre ein Come-to-Play-Trigger gewesen, dann wäre die Karte richtig powerful gewesen. Ja, dann wäre die Karte sehr gut gewesen. Weil dann hättest du halt flicken können, also wieder vollen können, da hättest du alles machen können. Genau. Aber ich finde ein Cast-Trigger wäre schon okay gewesen. Wenn du 5 Mana ausgibst und dann wird es halt gecountert, dann kriegst du halt wenigstens 4 Mana Worth zurück. Ist natürlich auch immer bastet. Aber das wäre eine sehr gute Karte. Ja, aber das wäre eine sehr gute Karte. Ja, aber das wäre eine sehr gute Karte. So ist es halt... Hat es einfach einen Faden-Nachgeschmack, finde ich. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das alles so genervt ist, nicht? Es ist deine Enkel super heavy genervt und bei ihr halt auch. Obwohl ich glaube, das ist immer noch eine Karte, die man spielen kann. Ja, ich glaube auch, dass man sie spielen kann. Weil die Sache ist halt die, wie viele Kontrolldecks es gibt. Also muss man dann schauen. Ja, aber sogar jetzt die ganzen Kontrolldecks spielen halt, keine Ahnung, 3 bis 7 Counter. Das ist auch der Ende deswegen, weil sie 80 Kartendecks spielen, was dann mit dem die Edition vorbei ist. Das heißt, sie spielen wahrscheinlich 4 bis 5 Counter. Und insofern... Schauen wir, was passiert nicht. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu einer sehr guten Karte. Wir wechseln uns da gerade ab. So mal gut, mal gut, mal gut. Sonnengoldwächterin. Ein weißes, ein farbloses Mensch-Soldat. 3-2. Mhm. Also 2 Drops, die aggressiv gekostet sind, hast du genug. Ja. Immer wenn die Sonnengoldwächterin ins Spiel kommt oder angreift, schicke bis zu einer Karte deine Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Mhm. Finde ich gut. Also Graveyard Hate einfach auf einer Karte drauf ist nice. Ja. Fertig aus. 3-2. Aggressiv. Und die hat auch Hexenzirkel oder Coven. Ein weißes, ein farbloses Bestimme eine Farbe. Die Sonnengoldwächterin erhält bis zum Ende des Zuges Fluchsicherheit vor der bestimmten Farbe und kann in diesem Zug von Kreaturen der bestimmten Farbe nicht geblockt werden. Mhm. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst. Egal. Und das sind eine Aktivität, die kannst du halt, wenn du es hast, dann kannst du es auslösen und dann kann auch nichts mehr passieren sozusagen. Finde ich eine sehr gute Karte. Ja, ich habe mich am Anfang gefragt, warum das Whirling so komisch ist und warum sie nicht einfach Protection kriegt. Aber dadurch, dass sie hexproof und nicht geblockt werden kann, kann das Protection von weiter praktisch geben und Entschadmisse darauf sind, vor allem nicht runter. Was halt schon ziemlich nice ist. Ähm, ja ich finde die Karte auch sehr gut. Und es gibt mehr Karten mit der Aktivität, ich weiß gerade noch eine. Aber wurscht. Ich finde die Karte gut, vor allem das ist halt zwei Mana 3-2. Ja. Die meisten sind dann 3-1, wo ich mir denke, ja okay, das ist halt super aggressiv, aber das ist halt 3-2. Das heißt, du kannst auch blocken, oder du wirst nicht von jedem Tod geblockt, sagen ich mal so. Finde ich richtig cool. Das ist richtig eine geile Karte. Dann gibt es das abendliche Gelage. Das ist eine Hexerei. Mahlzeit. Ein weißes, ein farbloses, falls ein Gegner mehr Lebenspunkte hat als du, erhältst du vier Lebenspunkte dazu. Falls ein Gegner mehr Kreaturen kontrolliert als du, erzeugt 2-1-1 weiße Main-Spielsteine. Falls ein Gegner mehr Karten auf der Hand hat als du, zieh eine Karte. Diese Karte ist richtig, richtig geil. Das hätte eine Rare sein können für mich. Theoretisch. Ja. Sie ist halt, wie heißt die weiße? Timely Reinforcement. Sie ist halt ein besseres Timely Reinforcement in Wirklichkeit. Die Frage ist halt, ob sie besser ist, ja. Sie ist einerseits flexibler, weil du halt auch diese Karte drauf hast, dieses Kartenziehen, also du könntest theoretisch sogar Main-Deck spielen. Es kann halt alles passieren. Genau. Aber das Problem ist halt, gegen die aggressiven Decks, wo du normales Timely Reinforcement bringst, damit du Block aus dem Leben kriegst, hat der Gegner meistens weniger Handkarten. Ja, aber scheiß drauf, du kriegst halt trotzdem 4 Lebenspunkte und du kriegst 2-1-1-1. Ja, aber halt bei Main-Deck ist halt 6 und 3. Ja. Also, die Frage ist halt, was du spielst. Es kostet auch nur 2. Es kostet ein Main-Deck. Die Frage ist halt, was du spielst, oder ob du ein Split spielst zum Beispiel. Ich finde es richtig, ich finde es eine wirklich, wirklich gute Karte, ja. Ich frage mich halt nur, ob es besser ist oder nicht. Es ist auch eine gute Control-Sideboard-Karte gegen Aggressivität. Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Kontroll-Mende-Karte ist, weil im schlimmsten Fall cycle sie sich halt. Naja, du wirst meistens mehr Handkarten haben, ja. Das ist eine richtig, richtig, richtig gute Karte. Ja. Vielen Dank dafür. Dann gibt es Sieg über die Horde. Die letzte weiße Karte. Die letzte weiße Karte sehen wir schon. Mhm. Okay, ich wollte noch ein paar besprechen. Nee, hol morgen der Blau. 2 weiße, 6 farblose Hexerei. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur im Spiel 1 weniger. Zerstöre alle Kreaturen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut genug ist. Was? Acht Mana ist halt schon ein Arsch voll. Was? Was? Und oft kommt der Gegner und hackt dich einfach nur mit 2-3 Kreaturen. Was saufst du heimlich? Was denn? Also, ich sage jetzt mal das Offensichtliche. In Commander ist es ein besseres Plasphemus Act. Ja, das schon. Ja. Nein, besser weiß man nicht. 13 Damage reichen auch und es kann nur ein rotes kosten. Es kann nur immer zwei weiße. Aber, ja, whatever. Ja, du spielst auch lieber weiß als rot. Also von daher. Ja. Das stimmt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, acht Mana ist viel. Aber sie kann halt schon auch einfach vier oder weniger kosten. Auch ein Standard. Ja, sicher. Ich gebe dir voll von recht. Und für fünf Mana ist es auch immer gut genug. Ja, für fünf Mana, das ist das Traurige, dass es für fünf Mana gut genug ist, weil wir so zerstört wurden mit Masu. Ja, also ich finde es okay, weil, schau dir die aggressiven Decks jetzt an. Ich meine, es wird natürlich alles anders ausschauen, aber die roten Decks, die schlanzen halt ja drei, vier Kreaturen aufs Board. Und, ja, und die kontrolligeren Decks legen halt eine Kreatur, die entweder Mana macht oder halt ein 0-4er Blocker ist oder was auch immer. Und dann rafst halt für drei bis vier Mana. Ja, vielleicht ist es eh okay. Und, weißt du, wenn der Gegner eine fette Kreatur hat, dann ist es halt bitter, weil dann kostet es halt sieben Mana. Ja, aber... Dann ist es schon richtig schlecht. Dann ist es halt richtig schlecht, aber dann ist es halt, dann hättest du ja hoffentlich einen Spotschermufel haben sollen. Ja, und wenn du keins hast und so weit in Mana bist, ja... Dann hast du dein Deck falsch geworden. Nein, dann musst du halt den sauren Apfel beißen. Ich habe auch schon gerafft für eine Kreatur, ja. Ja, das kennen wir alle, nicht? Also... Aber das ist dann so ein Galter oder so ein... Ja, ey, dann gibt es ja irgendein fettes, blödes Vieh. Ja, passt. Wir sind mit den weißen Karten fertig. Es ist weniger als sonst, weil wir eigentlich viele Multicolor-Karten haben, nicht? Ja, also die Farben selber sind ja alle so zwischen 15 und 20 Karten, die wir haben. Multicolor werden dann zwei Teile sein. Passt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Patrick, vielen Dank für deine Anwesenheit. Immer gerne. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook und YouTube. Ihr könnt unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beiträgen. Ihr könnt das Glockensymbol anklicken, damit ihr immer informiert seid. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim zweiten Teil von Instagram Midnight Hunt. Bis morgen. Ciao. Dann fällt glaube ich eine Frage. Warum willst du diese Karte?